Du kannst mit dem Leitstellenhandy nur Leitstellen anrufen. Willst du gucken? Hier, hast du das. Ja, sieht doch aus wie dein Handy. Nein, das ist exakt das Handy, das ihr mir gegeben habt. Jetzt gibt mir mein Handy wieder. Und wo ist meine Pistole? Welche Pistole? Ah! Was war das denn? Oh meine Fresse! Hallo? Ist dir gut? Ja! Boah, aber was zum... Ich fahr mit diesem Auto nie wieder. Das hat gerade einfach so seine Tür verloren. Ähm... Da ist sie ja. Was zum... Was war das gerade? Nein! 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 Oh mein Gott! Geil! Also ich... Ich kann euch garantieren, das passiert normal. Weißt du nichts? Hä? Okay. Äh... Ja? Wo bist du jetzt? Ich steh noch unten. Ja, steig ein. Ich steig da nicht wieder ein. Komm mal her. Komm mal her. Wir haben ja gerade die gleiche Luft eingeatmet. Und stell dich auf Seite. Komm mal her. Bis zum nächsten Mal.